Voller Depressionen. Ich rede kein Wort mehr mit dir. Hau ab von dieser Frau. Das ist doch eine Katastrophe. Das tut auch weh. What the fuck? Ich habe einfach keine Hoffnung mehr. Unterm Sprech bin ich eine Alkoholikerin und eine Hure. Nein. Du empfindest so eine richtige Hassliebe für sie. Gott sei Dank bin ich getrennt von dir. Das war die richtige Entscheidung, weil du krankhaft bist. Das war mein größter Fehler, dass ich diese Frau ausgewählt habe. Mein größter Fehler, Bruder. Was ist denn mit dem nicht richtig? ADHS Typ, Mann. Die ganze Sex, die wir hier hatten, ist doch scheiße. Ich möchte auch Sex haben. Bin ich komplett raus. Du warst halt nicht männlich für mich. Marlies geschlafen. Das ist respektlos. Wir sind im Reality und nicht im Urlaub. Halt deinen Maul. Sei einfach ruhig. Und der erste Rauswurf. Wir wissen, dass ekelige Menschen dabei sind. Und wir wissen, dass ekelige Dinge passieren werden. letzten Jahre ausgehen. Die Häuser hätte ziemlich gut sein. Wir sehen, dass die Frau aus dem Sieg. Die Frau hat das.